so einen wunderschönen guten morgen ich begrüße ganz herzlich zum guten morgen Börse gemeinsam mit XTB heute am Mittwoch, den 22. November 2023. Wir gehen mit großen Schritten in ein sehr, sehr volatiles Umfeld über und nichtsdestotrotz, wir haben noch ein News-Event der Woche, welches vielleicht potenziell ganz interessant gehandelt werden könnte, nämlich die Nvidia-Quartalszahlen, die gestern nachbörslich veröffentlicht worden sind. Wir werden in detail einen Blick darauf werfen. Die Reaktionen verhalten, ehrlich gesagt, trotz des herausragenden Ergebnisses für das abgelaufene Quartal und auch eines extrem starken Ausblickes, aber da ist auch diesmal einiges an Schatten jedenfalls, ausgehend von den jüngsten Entwicklungen und genau auf diesen Schatten wollen wir einen Blick werfen, denn der könnte dazu führen, dass wir eher vielleicht heute die Short-Seite in der Nvidia bevorzugen sollten. Ich bin im Hinblick auf die Long-Seite auf jeden Fall etwas skeptisch tatsächlich und genau darauf wollen wir in den kommenden Minuten einen Blick werfen, bevor wir offiziell starten. Allerdings zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt. Erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder dass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater sich dann auf xtb.com.de kostenlos eine Demo herunter, testen einander risikofrei, schauen, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet. Insofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vollständige Risikohinweis, findet ihr auf xtb.com.de. Darüber hinausgehend nutzt gerne die Möglichkeit, den Kundensupport in Berlin hier anzurufen. Telefonnummer, E-Mail-Adresse folgen, dann gleich Kontakt aufzunehmen, Fragen zu stellen, falls ihr diese haben solltet. Zunächst in eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Könnt gerne eure Fragen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos stellen, aber bitte, wie gesagt, nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier einmal die Kontaktdetails, Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse. Einmal hier, xtb.com.de als Broker vorgestellt, bester CFD-Broker des Jahres 2023. Ausgezeichnet vom Broker, weil die Gründe dazu geführt haben, findet ihr links hier einmal aufgeführt. Ein Grund, mit Sicherheit die X-Station und auf die wollen wir auch jetzt, genau in diesem Moment, einen Blick werfen. Ihr seht schon mal, hier sind ein paar Linien reingezeichnet, die sind noch übernommen. Die werden wir gleich wiederverwenden aus dem Live-Event mit den xtb-Kunden. Wir wollen erstmal überkommen und uns einen kurzen Blick gönnen auf die Nvidia-Aktie. Wo kommen wir her? Wohin sind wir bis dato hingelaufen? Also das Jahr 2023 für Nvidia ziemlich gut gelaufen. Wir haben es begonnen rund um 150 Dollar, die Aktie. Dann uns jetzt nahezu mehr als verdreifert sogar. Tatsächlich haben einen richtigen Ausverkauf über das Jahr 2022 zu sehen bekommen. Hier, also endet eigentlich im November 2021 ungefähr. Und dann gab es dieses Monster-Gap-Up in Folge des KI-Hypes und der Abnahme von GPUs, sogenannten Graphic Processing Units ganz besonders, von Nvidia, die genutzt werden, um sogenannte Large Language Models, die sind kurz bekannt auch als LLMs, zu trainieren. Und Nvidia ist im übertragenen Sinne in diesem Goldrausch, KI aktuell, der Schaufelverkäufer. Wir müssen, das hört sich ein bisschen abschätzig an, wir müssen das erstmal schauen, wird das die disruptive Technologie sein, die die Welt komplett auf den Kopf stellt. Aber Fakt ist auf jeden Fall einmal, aktuell jedenfalls kann Nvidia enorm profitieren. Von den Effizien, die wir dort in diesen Gefilden sehen, hat dann mit der, die Guidance der Wall Street im Mai 60% übertreffenden Guidance für das dann wiederum jetzt schon darüber hinausgehend abgelaufene Quartal, das zweite Quartal war es glaube ich, deutlich übertreffen können. Es gab ein massives Gap-Up, weiteren Follow-Through auf der Oberseite und die sind hoch, um über 500, um rund 500 Dollar. Die Aktie mit einer Marktkapitalisierung einhergehen von über einer Billion US-Dollar, die wurden jetzt in die Earnings abgelaufen und ich sagte es gestern schon an dieser Stelle, sehr, sehr mit großer Vorsicht genießen zu gewesen, dagegen zu wetten, zu sagen, wir sind ja relativ weit gelaufen auf der Oberseite, könnte das nicht jetzt sein, dass wir vielleicht mal an dieser Stelle eher vielleicht ein Pull-in sehen, eine Enttäuschung zu sehen bekommen oder dergleichen. Also ausgehend von den Zahlen selbst, wie wir jetzt sehen werden, ich habe sie hier bei X eingefangen, normalerweise vielleicht ganz kurz zurück, findet ihr solche News dann auch und das werdet ihr im Laufe des Tages auch hier finden über den Nachrichten-Tab, da findet ihr in der X-Station entsprechend eben diese News, die sind ja aber gestern nachwösslich veröffentlicht worden und da das hier von dem Altern ganz besonders bedient wird, betreut wird, dieser Feed, der da die deutschen News eben entsprechend einlaufen lässt, naja, irgendwann muss der auch mal schlafen, sagen wir mal, wenn um 22.20 Uhr gestern dann entsprechend die News veröffentlicht werden, wie gesagt, dann ist das zeitlich ein bisschen verzögert. Ich habe es heute früh über meinen X-Feed laufen lassen und es ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie eine super wichtige News für andere dergleichen und uns interessiert vor allem, was könnte aktuell der Markt daraus machen, wie könnte das spielen und vor allem, wie könnte sich das dann handelstechnisch für uns umsetzen lassen. Also blicken wir kurz auf die Zahlen. Bereinigter Gewinn pro Aktie, 4,02$ gegen 3,37$ erwartet, deutlich über der Erwartung, Revenue erneut über 10% der Umsatz mit 18,12 Milliarden über dem, was erwartet wurde seitens der Wall Street, 16,09. Der Q4-Revenue für das aktuell laufende Quartal wird gesehen, 20 Milliarden plus minus 2% höher als auch oder beziehungsweise plus minus 2% höher gesehen. Eventuell 20 Milliarden geht man aus, wie gesagt, range plus minus 2%, auch 2 Milliarden über der Erwartung, also rund 10% drüber. Auch die Gross Margin, also die Brutto-Gewinnmarge bereinigt 75% gegen 72,5%. Und dann aber ganz interessant, ich habe das hier in dem Tab unten drunter geschrieben und man konnte es dann auch gestern in den After Hours sehen. Also wenn man um Market Watch zum Beispiel geht, wir sehen 11 Millionen Stücke ungefähr gehandelt, handeln um 490 und somit rund 1,7% unter dem Schlusskurs von gestern, also auch unterhalb der 500-Dollar-Marke. Und was ist der Grund? Ich glaube, das könnte dieser Punkt hier sein. Es ist nicht überraschend, aber ich finde es ein bisschen, naja, es könnte Unsicherheit vielleicht schüren kurzzeitig und die Frage aufwerfen, wie man das genau plant. Die Q4-Sales nach China werden erwartet, deutlich zu fallen, was keine Überraschung darstellt, weil wir wissen, rund um die nach China gelieferten Chips, die nicht nur für künstliche Intelligenzzzwecke genutzt werden seitens China, sondern darüber hinausgehend auch zu militärischen Zwecken, zum Beispiel Zweck entfremdet werden können und dergleichen. Da hat es schon entsprechende Restriktionen gegeben. Das geht schon seit zwölf Monaten so, dass die beiden Administration diesbezüglich hier agiert. Und dann ist entweder das umgangen, hat beispielsweise gesagt, dann nehmen wir die Taktung eben drunter, dieser Chips, die wir dann entsprechend ausliefern. Das wiederum ist dann allerdings etwas, was nicht weit genug ging scheinbar. Dann hat man diese Restriktion noch weiter eben ausgedehnt und ausgehend hiervon geht man davon aus, dass eben der Umsatz nach China deutlich droppt. Jetzt ist es dann eben so, dass gesagt wird, wie man das plant zu offsetten. Also wir sehen, wir guiden hier weiter substanziell höher. Das heißt also, man geht davon aus, dass man mit Nvidia die Cash Cow künstliche Intelligenz mit den entsprechenden Chips weiter wird melken können. Aber da steht to be offset by growth in other regions. Das heißt also, man geht davon aus, dass man das kompensieren wird können, die Einbußen im Umsatz nach China in anderen Regionen rund um den Globus. Ich bin da jetzt nicht on Detail, habe ich mich nicht mit beschäftigt, wie man das genau plant. Aber zumindestens mal an der Marktreaktion denke ich, daran spiegelt sich wieder, dass wir offensichtlich hier einiges an Skepsis haben, ob das wirklich gelingen wird. Und das wiederum lässt mich dann für den heutigen Tag für eine Nvidia eher skeptisch werden. Und auf der 5-Minuten-Basis wollen wir uns jetzt mal ganz kurz dann auch diese Linien ganz kurz hier anschauen. Also wir handeln roundabout um die 90, also 4,91 ungefähr. Die Tiefs des gestrigen Handelstages hier kann man sehen mit der grünfarbenen Linie. Das ist ungefähr der Bereich um 4,92. Also wir handeln aktuell oder handelten gestern unter den Tiefs von gestern. Und wir sind hier mit der violettfarbenen Linie konfrontiert mit dem durchschnittlich auf die Earnings bezahlten Preise. Also es läuft zwischen 4,93 und 4,94 ungefähr. Das heißt also, die werden veröffentlicht, die Zahlen, und dann kommt das Volumen rein. Die 11 Millionen Stücke, die gehandelt worden sind, die sind durchschnittlich zu 4,93 und 4,94 gehandelt worden. Meine Idee, und das ist das, was ich hier gerade skizziert habe für die Kunden von XTB ist, dass wir hier unten mit diesem Punkt, ich mache das vielleicht mal mit rot, also hier so in diesem Bereich ungefähr gehe ich davon aus, das werden wir natürlich jetzt sehen, ob wir in diesen Gefilden reinkommen, aber durch den dünnen Handel, der erwartet wird mit Ausblick auf Thanksgiving beispielsweise und dergleichen, ist damit zu rechnen, dass da so ungefähr, also dass sich erstmal der Handel ruhig darstellt und dass wir dann ungefähr in diesen Gefilden auch reinkommen, um 4,90 ungefähr. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht einen kurzen Pop sehen auf der Oberseite, der uns in Richtung der Tiefs führt, vielleicht auch in Richtung des volumengewichteten Durchschnittspreises, geankert auf dieses Earnings, auf den Quartalsbericht, ist dann vorbörslich, dass wir aber drunter halten. Und in dem Moment, wo wir hier zurück unter die Eröffnung fallen würden, also kurz zur Eröffnung reinpoppen, dann überrollen gegen diesen Bereich und unter diesen Eröffnungskurs fallen, kann ich mir vorstellen, haben wir eine gute Chance, einen sogenannten Momentum-Drive zu sehen, zu bekommen, der uns in Richtung der Gefilde Lower 80s in Anführungsstrichen führt. Also das ist so Bereich 4,80 bis 4,85, 4,82, 4,83 so ungefähr. Vielleicht auch ein Stück weit tiefer, das kann man hier erkennen. Ich hatte da noch eine zweite grünfarbene Linie eingezeichnet gehabt, das ist eine Region, Pi mal Daumen, das fällt hier vielleicht im Daily noch ein bisschen besser ein, das ist das eingefangen, das ist eine ehemalige Widerstandsregion, die wir dann jüngst haben hier rausnehmen können. Also das ist die Region Pi mal Daumen ungefähr um die Septemberhochs, die wir hier anlaufen, dann vielleicht als Unterstützung, das ist die 4,75er Region. Aber in Summe auf jeden Fall denke ich, dass eine erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, sollte es nicht gelingen, über die Tiefs von gestern zurück zu laufen, dass wir einen Drive in eben die 4,80er Region vielleicht sogar leicht drunter zu sehen bekommen. Und das Ganze, man kann es hier sehen, denke ich, wird stattfinden allerdings innerhalb der ersten halben bis dreiviertel Handelsstunde. Also das bedeutet, mit Ausblick auf Thanksgiving sollten wir nicht davon ausgehen, dass es große Bewegungen dann besonders in den Abend hinein gibt. Morgen ist die US-Kasse zu, am Freitag verkürzt handelbar. Das bedeutet also, das Haupthandelsfenster, und das fällt dann mit meinem Trading zusammen, ist wirklich wahrscheinlich die Eröffnungsphase hauptsächlich 15,30 bis 16,16 und 15. Das heißt, das möchte ich dann auch relativ zügig sehen. Kurzer Pop, bis allerspätestens 15,45 der Drive unter die Eröffnung und dann kann ich mir vorstellen, dass da so ein kleiner Drive, wie gesagt, in die Gefilde um die 4,80er Gefilde vielleicht stattfindet. Das ist auch prozentual nichts herausragendes oder dergleichen, aber vom Punktwert natürlich schon enorm an dieser Stelle. Wir haben mit Nvidia auch eine entsprechend volatile Aktie. Also das könnte durchaus eine interessante Herangehensweise sein und dann wird es relativ zügig, wahrscheinlich auch dünner werden, ruhiger werden und dann wird man sich in den USA dem Thanksgiving-Schmaus entsprechend widmen und wir widmen uns wieder am Freitag den Märkten. Thanksgiving morgen lassen wir mal dann an dieser Stelle ausfallen, denn da wird nicht besonders viel passieren. Das ist sehr, sehr evolatil, was da stattfindet. Am Freitag hören wir uns dann wieder hier zum Guten Morgenbörse gemeinsam mit XDB. Happy Tracking! Passt auf die Stops auf, habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss! 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 Tschüss!